So, in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie das ShopDoc-Tool aufgebaut ist und wir schauen uns einfach mal gemeinsam die Übersichtsseite an. Und zwar haben wir uns jetzt hier gerade eingeloggt und haben jetzt hier die Möglichkeit, verschiedene Dinge direkt vom Dashboard aus zu machen. Zum Beispiel haben wir hier oben so eine Art Asin-Schnellcheck. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal eine Asin und testen das Ganze direkt aus. So, jetzt haben wir hier einfach mal eine Asin eingegeben und dann sehen wir schon direkt, okay, wir haben hier einen Titel, wir haben hier einen Link, der direkt zu Amazon geht, Vorschaubild, das ist alles schon mal ganz praktisch. Dann können wir hier unten sehen, okay, was haben wir hier für ein BSR, Keyword Rankings, wir sehen den Preis, wir sehen geschätzten Absatz und Umsatz, die Anzahl der Bewertungen, den Durchschnitt der Bewertungen und auch hier den Optimierungsverlauf bzw. BSR-Verlauf. Dann haben wir hier schon Keywords, für die das Produkt dann rankt. Da haben wir hier, klar, Knoblauchpresse, dann nochmal ein paar Englische mit drin. Hier aber zum Beispiel auch Ingwerpresse, das könnte jetzt ein ganz neues Keyword sein, das wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Und hier an diesem Balken kann man so ein bisschen die Konkurrenz erkennen und hier sehen wir auch noch die Suchergebnisposition. Dann haben wir hier oben generell mal einen Überblick, Optimierung, das heißt, was haben wir hier an Gesamtoptimierung, 75%, dann der Titel. Wenn wir da draufklicken, bekommen wir direkt auch einen Vorschlag, zum Beispiel hier, Titel hat 166 Zeichen und ShopDoc schlägt uns vor, 120 Zeichen wären schön. Dann die Beschreibung können wir hier direkt sehen, auch hier wieder verschiedene Vorschläge, das gleiche bei den Bullet Points und so weiter. Das hier ist jetzt ein Fremdprodukt, kann man natürlich auch mit seinen eigenen Produkten machen und man kann hier weitere Keyword Rankings sich nochmal ansehen. Das heißt, dieser Asin-Schnellcheck, sage ich mal, ist schon eine sehr interessante Sache und ich kann natürlich hier jetzt noch tiefer reingehen, indem ich mir das einfach anschaue. Gut, jetzt müssen wir hier etwas warten, bis das abgerufen wird, aber ich denke, die Vorgehensweise ist klar. Das wäre also die Schnellcheck-Maske hier oben. Dann haben wir hier Zeitraum auswählen, das heißt, ich kann einfach gucken, okay, was möchte ich mir ansehen, wähle ich einfach aus, dann fertig. Dann haben wir hier die Möglichkeit, direkt zur Übersicht der Optimierungslevel zu gehen. Das bezieht sich jetzt alles auf deinen eigenen Account. Das heißt, wir können hier sehen, okay, so viele sind gut optimiert, durchschnittlich optimiert, schlecht optimiert und dann sehen wir hier das Ganze nochmal in der Aufteilung. Also hier ist es insgesamt und hier dann wieder Titel, Bullet Points und so weiter. Hier können wir also deutlich noch was verbessern. In dem Account weiß ich zum Beispiel, ist jetzt auch viel Handelsware mit dabei. Da können wir jetzt vielleicht nicht ganz so viel machen, aber gerade wenn du hier im Private-Label-Bereich unterwegs bist, ist es natürlich sehr interessant und du kannst hier mit einem Klick, bist du dann bei den Produkten und kannst dir die nochmal genauer anschauen. Genau das Gleiche haben wir hier. Mit der Sales-Übersicht kommen wir ins Controlling rein. Das schauen wir uns nochmal gesondert an. Dann haben wir hier die Bewertungen, also Review Monitor. Das ist hier alles verlinkt. Hier haben wir die Alerts, das ist super interessant. Zum Beispiel sehen wir hier Produkte out of stock, Produkte mit kritischem Bestand, die Keywords, wie die gestiegen oder gefallen sind. Da können wir uns also hier alarmieren lassen. Wenn wir dann draufklicken, kommen wir auch hier wieder zu einer Einzelseite. Okay, Lieferzeit und so weiter. Das kann man alles im Account selber auswählen und selber einrichten. Und dann kriegt man entsprechend einen Alarm, wenn man das möchte. Die Einstellungen findest du auch hier oben nochmal unter dem Rädchen. Und natürlich gibt es diese Alerts dann auch jeden Tag per E-Mail, sodass man also wirklich immer auf dem neuesten Stand ist und nichts verpasst. Das ist super angenehm. Und hier als letztes dann nochmal der Verlauf von den Produkten insgesamt. Vielleicht, wenn man größere Optimierungen gemacht hat oder so, kann man direkt sehen, hat er einen Effekt oder nicht. Sehr übersichtliches Dashboard. Und von hier aus hast du also direkt nach dem Einloggen alles einwandfrei im Blick. Und falls du Deals am Laufen hast, kannst du sogar hier unten direkt reingehen. Und natürlich sind hier links an der Seite auch nochmal die einzelnen Tools alle verlinkt.